Bildung ist mir kackegal. Wind, Verkehr, Verschmutzung, Lärmbelästigung. Ist schon ein bisschen, naja. Bodenrichtwert. Aus irgendeinem Grund sind die Dinger ja bestens geeignet. Jetzt machen wir noch ein Experiment. Wir haben ja diese Parkplätze, ne. Die sind ja total am Müll, ehrlich gesagt. Aber die scheinen zu funktionieren. Das wollen die Leute haben, Parkplätze. Wenn wir jetzt... Das Feld hier räumen. Ja, tut mir leid. Fürs Erste. Sind das kleinere? Warte mal, Kost. Da muss der Planungsmanager immer durchgehen. Wir konnten hier schön zwei nebeneinander setzen. Und hier nicht mehr. Da liegt offenbar ein relativ großes Problem vor. Ja, da müssen wir alles hier bestätigen. Die sind gleich alle so hackendicht voll hier. So, mal gucken, was passiert. Alles wird zurückgebaut. Alles wird zurückgebaut. Jo, perfekt. Tabula rasa. Danke sehr. Bitte sehr. Ich verliere gerade ein bisschen Leute, aber das spielt keine Rolle. So, weg damit. Abfahren. Bitte sehr. Kommen Sie bitte. Nee. Nur eine einzige hier. Danke sehr. Kommen Sie bitte weg. So. Planungsmanager. Schau. So solle das hinpassen, oder? So, und der verschieben wir doch einfach mal nach. So, und dann wird er schön gebaut. Okay, warum war immer der geht nicht? Wahrscheinlich wegen, keine Ahnung. Hat das was gebracht? Nö. Auch das hier nicht. Es bringt aber nichts, oder? Oh, das ist belegt. Irgendwas ist er belegt. Egal. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Yo, so geht's. Und schwupps. Nö, ich weiß nicht warum, aber das Raster böselt so. Das passt schon so perfekt. Dann würden wir hier nochmal so ein Bietchen, das hier, das so, 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 so. Wupps, das passt schon irgendwie, warum auch immer, aber funktioniert. So, da hinten nochmal, da könnte ein bisschen was haben davon. Also, ziehen Leute wieder ein. Und das hier ist natürlich das Nonplusultra. Also, das ist einfach mal ein Experiment. Weil das gibt jetzt 40 pro Stück, ne? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir haben hier knappe 400 in einer Reihe. Das heißt, 760 Punkte plus hier nicht so viel. Weil ja nur nicht der hier ist. Aber das gibt jetzt hier schon... Also, das muss ja hier... Huch! ...ein Plus des XXL-Maststabs geben. Würde ich mal behaupten. Strom haben wir genügend durch die zwei hier. Das ist extrem geil. Wirklich cool. Müssen wir mal Geld für sowas haben. Jetzt kriegen wir auch relativ viel Boni, natürlich. Ja, die Polizei will kleine Lagerräume, wo man halt sich selbst dahin parkieren kann oder so. Müssen wir mal gucken. Die gehen ja schon hoch, ne? Bei den Parkplätzen wahrscheinlich. Ist das Game ja so gut? Beeinflussbar? Also, wenn das so ist, sorry, Leute. Ja, müssen wir leider ebnen. Aber dafür kriegt ihr die mega geilen Parkplätze hier. Die wir noch nie... Die habt ihr noch nie gesehen. Das ist so genial. Also, ihr fahrt davon so cool ab. Das müsst ihr einfach gesehen haben. Jetzt müsst ihr eigentlich alles in die Höhe sprießen. Komplett. Theoretisch. Weil... Wir haben Parkplätze. Wir haben Parkplätze. Parkplätze, 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 Parkplätze. Also, das müsste ja das totale Chaos geben hier bezüglich Parkplätze. Oder? Doch nicht. Oder? Doch nicht. Das ist natürlich perfekt, ne? Weil... Parkplätze? Ähm... Also, wir müssten ja eigentlich ab und zu mal Parkplätze bauen, ne? Hallo, hier sind Parkplätze. Können sie sich ein bisschen orientieren? Wir könnten auch hier dazwischen Parkplätze setzen, ne? Nur mal das Information. Warum sehen die schon wieder aus hier? Hm. Da beschwert sich jetzt jemand schon über... Über die Feuerwehr habe ich gerade gesehen. Unterhaltung. Hoch. Hoch. Ja, nicht so. Ich glaube, da müssen wir... So. Der Wain-Trell hinten auch noch. Komm. Eins, zwei, drei, vier. Machen wir es doch gleich so. Oh, fünftel Hammer. Und dann eventuell hier noch, ne? Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Ich glaube, ich bin off. Es heim. Jetzt heim.